Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ziel-Guru-Tipp. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn dein wichtigster Tipp, den du zur Suchmaschinenoptierung geben kannst. Nun gibt es natürlich immer wieder Tipps und Tricks zur Content-Pflege, zum Backlink-Aufbau, aber mein wichtigster Tipp wäre, bitte überhastet es nicht. Denn viele Maßnahmen, die ihr ergreift, zeigen ihren Erfolg erst Tage, Wochen, manchmal auch erst Monate später. Und wenn ihr nun regelmäßig irgendetwas Neues ausprobiert, könnt ihr kaum mehr absehen, welche Maßnahme welchen konkreten Erfolg hervorgebracht hat. Also mein Tipp ist, baut lieber eine langfristige Strategie auf, baut eine ordentliche Website mit ordentlichen Inhalten und prüft dann auch langfristig, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche nicht.